so weiter geht's mit assassin's creed syndicate wo muss man denn hin überhaupt am fähigkeitspunkt erhalten gehen oder ich gehe jetzt nicht zum zum zug zurück das ist mir hat sich egal ich glaube wir müssen aber fähigkeiten und fähigkeitspunkt ein hammer ja super herzlichen glückwunsch nehmen wir mal den den check normal plünderer einzuhalten leider mal nicht türen öffnen zwei wenn es richtig sehe oder schlosser kacken 2 hat die bräuchten etwa gebraucht um reinzukommen da muss ich jetzt zurück zum zug oder hat wo ist der zug überhaupt gerade super schnell reise ja einmal kurz dahin damit war nämlich weitermachen mit der nächsten mission die war vielleicht sogar heute schon auf die wir sogar schon heute vielleicht durchbekommen mit diesem teil hier so dauert jetzt gerade in keinem moment weil er sich jetzt erstmal zu dem zum zug porten muss oder sie so sowas eignet sich nicht nur als gehelfer so so ähm was haben wir hier auf gang upgrade gang upgrades wuchstraining wuchstraining so wir kriegen gerade keine neue mission heute ich habe hier ein paar bücher ich hoffe meine anwesenheit stört sie nicht ganz im gegenteil ich freue mich über sie hier samhlen sie für jemanden blumen für mich selbst man sagt mir das wäre typisch britisch wussten sie dass alle eine bedeutung haben ich habe schon immer so etwas gehört ja natürlich aber leider hatte ich nie sehr viel zeit für das ich könnte beim sammeln helfen wenn sie akzeptieren Was würde ich sehr schätzen? Vielen Dank, Miss Frey. So, haben wir nächste Mission jetzt irgendwie da, oder was? So, Icon einsammeln. So, was haben wir denn? Haben wir überhaupt jetzt irgendwas noch zu tun, was jetzt nicht unbedingt... So, versteck ich eine Reise. Weil sonst müssen wir wirklich hier hoch. Dann machen wir erstmal den Nachrichtentick, oder was? Warte, dann machen wir das halt erst. Ja, wir haben hier sonst, glaube ich, jetzt keine andere Mission. Okay, jetzt super, dass wir jetzt durch die ganzen Gebiete durchmissen. Das würde ich jetzt eigentlich sagen, wir werden vermeiden, aber... Das war ein bisschen blöd gelöst, weil ich dachte mir, wir arbeiten schon von oben weg. Und unten rein. Naja. Ich glaube, wir filmen viel sogar. HWU's aufspüren. Ja, ich habe nämlich jetzt gerade noch ein bisschen über die Dächer entdeckt, weil ich nicht unbedingt in die Gegnerpräsenz rein... beziehungsweise in die... ...in die großen Gegnermengen rein muss. Ah, schade. Ich dachte, wir können heute schön ein bisschen was machen. Ah, Gegner. Gut, Gegner sind jetzt keine hier so groß, aber... Man muss es nicht unbedingt ausprobieren. Nö, nö, bleib ruhig da, wo du bist. Ist mir... Eigentlich in dem Moment hätte ich egal. Wenn ich da rüberkomme, dann lasse ich dich ausbluten. Sorry. Und Schatz. Ich muss noch ein bisschen schneller fahren. Also, wir machen uns jetzt mit... ...kann wir mal stärkere Gebiete... Also, es ist... Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber wir haben keine Mission mehr für die... Wir haben auch kein bisschen mehr für E.V. und für den... Für Jacob haben wir... ...Westminster, da sind wir eben schon lange, ne? Durchgearbeitet, aber haben uns ja... ...würste vollgestimmt. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen uns... ...das ist heute tatsächlich ein bisschen was anders läuft und würde. Und dann haben wir dann noch drei Meter ungefähr. Aber gut, dann kann das halt passieren, das war heute... ...eine etwas längere Folge haben. Die Temse... ...nach nicht darüber hat. Klar auch. Ich muss mal da hin... ...hin... ...und dann machen wir uns heute auf. Mal machen heute... ...soweit es möglich ist. ...den Nachrichtenticker. Ah, Jacob. Äh, Miss, äh... ...Fry, schön Sie zu sehen. Oh. Kennen Sie Starrix neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Nachricht, oder? Unglaublich. Wie Sie einrichten wollten. Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Okay. Und entschlagnahmen wir Sie. Oh, äh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an Ihre Armschienen an. Alec? Sie sind ein Genie. Hm. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Gut. Mal gucken, was wir jetzt... Halluzinogene Bolzen, die vermisst der Crew aufspüren. Ich weiß, dass da links gerade ein Gegner war. Das war für mich jetzt eigentlich auch mehr oder weniger uninteressant. Da müssen wir hinten, da hinten hin oder was? Feuern hier. Das heißt, da brennt das Feuer. Und da müssen wir dann jetzt... Noch in dem Finger! Noch in dem Finger! Noch in dem Finger! Die greift jetzt den eigenen an, ja, tatsächlich. Und sie hat sich selbst. Wie geil. Komm, jetzt tötet euch gegenseitig. Zack, zack. Und du bist tot. Kann ich euch befreien? Nö. Doch, kann. Klar kann ich das. So. Ah, okay. Ich hab wieder zwei Hallos ziehen. Hallos. So, die lassen sich jetzt natürlich nicht in Ruhe. Die werden sich natürlich jetzt schön gegenseitig töten. So, ich soll mir persönlich rechts sein. Und so eher habe ich ein bisschen Ruhe. Da sind wieder welche. Da hinten sind wieder welche. Den einen haben sie tot. Oh, jetzt. Ah, da wollen wir sagen wir mal. ich mache es kurz kalt so und dann ja ein erinnerungsgegenstand brauchen wir noch zwei hat ja immer natürlich mit also bist du bei gelohnt da müssen wir die jungs so holen scheiße ich werde dich aus So. 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 Ich blinder' ich noch schnell mit weg. Und dann haben wir zumindest mal Ruhe. So. Warte mal. Ich guck mal, ob ich hier noch mal blindern kann. Nö, kann ich nicht. Also, doch, kann ich schon. Diese Kiste hier. Diese Kiste hier. Sag mal. Zweiter Teil des Erinnerungsgegenstandes. Gucken wir gerade, wo wir hier noch was haben. Da hinten ist noch was. Und dann haben wir, glaub ich, Ruhe. Ja, super. Nehmen wir die mit. Gib mir, was ich haben will. Jawoll! So. Zweite Kabel blinden wir jetzt auch noch. Ja, dann holen die sich den Typen jetzt da. Oder? Ja, die holen sich selber. Ich weiß nicht, das war noch nicht. Oh. 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 Gute Nacht, mein Freund. So. Na, lohnt sich manchmal so seine Waffen bisschen aufzubauen. Da. Ist die letzte Plotkiste. Sehr gut. das ist dynamit deswegen dass man das lieber mal sein die nehmen wir mit man weiß auch was sie brauchen können ich finde ganz gut so dann haben wir die letzte kiste noch so letzte erinnerungsgegenstand auch alle dicht das sollte alles sein vielen dank so nein 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 du sollst dich da hoch so die frage ist ob ich jetzt da rankomme jetzt ja ich muss ich dann das schiff daran ja 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 gut da sind einige von unseren leuten mit dabei so die kiste plündern ja das war doch die super so bildswerkschutz zurückholen so dann ab zurück zur werkstatt und dann sind wir auch fast durch wollte jetzt müssen wir die fenometer noch zurück rennen ja ja ist gut dass wir in dem bleiben das heißt wir können uns schön oben über das dach bewegen da ist irgendwas was ich vielleicht interessant finden könnte hab sie ja gut es sind mehrere dinger pro gebiet okay ich dachte es wäre so insgesamt halt so viele wir werden sogar verfolgt von leuten die jetzt ein bisschen helfen wollen aber damit sie fahren jetzt alarmglocke macht die kümmern sich gerade da unten drum sollen sie da mal machen und da ist schon unser ziel auch wenn die folge heute ein bisschen was länger ist passiert klar dass wir immer mal wieder gegner sind das ist du lässt sich in ruhe teilweise so und noch mal den guten graham alex und mabel auch mal eben kurz geholfen woher wussten sie das wir haben das zeitalter der kommunikation erreicht nicht wahr wir erhielten bereits eine nachricht aus greenwich dass die lieferung sicher angekommen ist dank ihnen beiden wissen sie schon was noch in der lieferung war in der tat ich fürchte dass das gift seinen weg auf den freien markt gefunden hat wenn er glaubt das würde uns aufhalten dann hat er sich so wir haben die bonus dings war geschafft den nachrichtenticker abgeschlossen bolzenen vorher haben wir gemacht hier weil sie haben sicher gegenseitig erledigt das heißt wir kriegen 600 und 1375 erfahrungspunkte so dann kommen wir noch mal wegen den fähigkeiten aber noch was haben wir haben nicht mehr gegangen wenn wir ja nicht das hat sich super das war das hat sich ja super gelohnt naja müssen sammeln da müssen wir tatsächlich noch müssen sammeln gut dann mache ich mal feierabend wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann geht es weiter mit dem teil quasi dreckig über